Was habt Sie denn heute her verschlagen? Sind Sie der Fußball interessiert? Können Sie überhaupt Fußball spielen? Wechseln Sie die Schuhe? Nein, ich spiele heute Gott sei Dank nicht. Ich will den Leuten nicht antun. Ich habe ja auch fast regellaufen, glaube ich, wo man auch aufpassen muss, dass man ein bisschen verletzt. Da kannst du eigentlich nicht drehen, kannst nicht arbeiten. Aber ich bin natürlich nicht mehr interessiert. Ich meine, aufgrund meiner Vergangenheit wurde ich ja natürlich auch immer im Stadion geschleppt. Und Lukas bin ich auch schon viele Jahre auch befreundet und freundlich. Wir fragen heute alle Männer, wie man die richtige Frau findet. Unter anderem für Pietro. Was würden Sie Männern denn für Tipps geben, wie man die richtige Frau findet? Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin kein Mann und wie soll ich Männern einen Tipp geben, wie man die perfekte Frau findet? Also, wenn das alles so einfach wäre, dann hätte ich schon längst ein Buch rausgebracht und damit wahnsinnig viel Geld verdient. Aber so einfach ist es ja nun mal nicht. Das soll ich fragen. Pietro, ist der zu verkuppeln eigentlich? Keine Ahnung, den kenne ich nicht. Achso. Nein. So funktioniert. Gut. Die nächste Frage muss ich Sie auch fragen. Wie sieht das denn bei Ihnen so aus? Länger dieses Mal gehört. Bei mir ist alles gut. Ich bin glücklich. Danke. Danke. Gut. Und da ist alles gut. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Wie ich glaube. Ich bin glücklich. Hier ist ein Stil. Ich bin glücklich.